3. Kapitel Ein Sitzungsmarathon und eine Geschichte mit einem langen Rattenschwanz Es war wirklich eine wunderliche Gesellschaft, die sich am Strande versammelte. Allesamt waren sie völlig durchnässt. Die Vögel standen mit tropfenden Federn, die übrigen Tiere mit triefendem Fell da und allesamt waren sie verstimmt und fühlten sich unbehaglich. Als erstes stellte sich nun die Frage, wie sie wieder trocken werden sollten. Es wurde eine Beratung darüber angesetzt und schon nach wenigen Minuten kam es Alice ganz natürlich vor, sich so vertraut mit den Tieren zu unterhalten, als ob sie sie schon ihr ganzes Leben lang kennen würde. Sie hatte sogar einen langen Streit mit dem Papagei, der am Ende ganz eingeschnappt war und nur noch sagte Ich bin viel älter als du und muss es daher besser wissen. Da Alice dies nicht so hinnehmen wollte und der Papagei auch nicht preisgeben wollte, wie alt er war, so ließ sich nichts mehr dazu sagen. Schließlich rief die Maus, die einige Autorität unter den Tieren zu besitzen schien, Setzt euch alle hin und hört mir zu. Ich werde euch ganz schnell trocken machen. Alle ließen sich sogleich in einem großen Kreis um die Maus herum nieder. Alice war überzeugt, dass sie sich entsetzlich erkältete, wenn sie nicht ganz schnell trocken werden würde und heftete ihre Augen erwartungsvoll auf die Maus. Hm, hm, räusperte sich die Maus mit gewichtiger Miene. Seid ihr bereit? Es ist das Trockenste, worauf ich mich besinnen kann. Ruhe bitte! Wilhelm, der Eroberer, dessen Ansprüche vom Papst unterstützt wurden, fand bald Anhänger unter den Engländern, die einen Anführer brauchten und in jener Zeit Thronraub und Eroberung gewohnt waren. Edwin und Morkar, Grafen von Merika und Nordhumbria. Egitt! gähnte der Papagei und schüttelte sich. Wie bitte? fragte die Maus, stirnrunzelnd, aber sehr höflich. Sagtest du etwas? Ich nicht! erwiderte schnell der Papagei. Es kam mir so vor, sagte die Maus. Ich fahre also fort. Edwin und Morkar, Grafen von Merika und Nordhumbria, erklärten sich für ihn und selbst Stiegand, der patriotische Erzbischof von Canterbury fand es empfehlenswert. Fand was? unterbrach die Ente. Fand es, antwortete die Maus ganz aufgebracht. Du wirst doch wohl wissen, was es bedeutet. Ich weiß sehr wohl, was es bedeutet, wenn ich etwas finde, sagte die Ente. Es ist gewöhnlich ein Frosch oder ein Wurm. Die Frage ist, was fand der Erzbischof? Die Maus ignorierte die Frage und fuhr hastig fort. Fand es empfehlenswert, von Edgar Aetheling begleitet, Wilhelm entgegenzugehen und ihm die Krone anzubieten. Wilhelms Benehmen war zunächst sehr bescheiden, aber die Unverfrorenheit seiner Normanen... Wie fühlst du dich jetzt, meine Liebe? wandte sie sich fragend an Alice. Noch genauso nass wie vorher, sagte Alice betrübt. Es scheint mich gar nicht zu trocknen. In diesem Fall, sagte der Dodo feierlich, in dem er sich erhob, stelle ich den Antrag, dass die Versammlung sich vertagt und zur unmittelbaren Anwendung von wirksamen Mitteln schreitet. Drück dich doch nicht so hochgestochen aus, sagte der Adler. Ich kann kaum die Hälfte von dem, was du sagst, verstehen. Ich wette, du verstehst es noch nicht einmal selbst. Der Adler bückte sich, um ein Lächeln zu verbergen, und auch einige der anderen Vögel kicherten hörbar. Ich wollte sagen, entgegnete der Dodo beleidigt, dass das beste Mittel, trocken zu werden, ein Sitzungsmarathon ist. Was ist ein Sitzungsmarathon? fragte Alice. Nicht, dass ihr viel daran lag, es wirklich zu erfahren, aber der Dodo machte eine Pause ganz so, als ob er eine Frage erwartete und niemand anderes schien etwas sagen zu wollen. Nun, meinte der Dodo, die beste Art, es zu erklären, ist, es zu spielen. Und da ihr dieses Spiel vielleicht selbst eines Winternachmittags versuchen möchtet, so will ich euch erzählen, wie der Dodo es anfing. Erst gab er eine Rennbahn vor, eine Art Kreis. Es kommt nicht genau auf die Form an, sagte er, und dann wurde die ganze Gesellschaft hier und da auf der Bahn aufgestellt. Es wurde nicht auf 1, 2, 3 losgezählt, sondern sie fingen an zu laufen, wie es ihnen einfiel, und hielten auch wieder an, wie es ihnen einfiel. So war es gar nicht so einfach zu entscheiden, wann das Rennen zu Ende war. Als sie jedoch ungefähr eine halbe Stunde gerannt und ganz getrocknet waren, rief der Dodo plötzlich, »Das Rennen ist aus!« Völlig außer Atem drängten sie sich um ihn und fragten, »Wer hat denn nun gewonnen?« Diese Frage konnte der Dodo nicht, ohne tief nachzudenken, beantworten. Lange saß er mit dem Finger an die Stirn gelegt, da, die Haltung, die meist Shakespeare auf Bildern einnimmt, während die übrigen schweigend auf ihn warteten. Endlich sprach der Dodo, »Alle haben gewonnen, und alle bekommen einen Preis!« »Aber wer soll die Preise verleihen?« fragte ein ganzer Chor von Stimmen. »Sie, natürlich«, sagte der Dodo, und noch während er mit dem Finger auf Alice zeigte, scharrte sich die ganze Gesellschaft um sie. Alle riefen durcheinander, »Preise! Preise!« Alice wusste nicht im Geringsten, was sie tun sollte. In ihrer Verzweiflung fuhr sie mit der Hand in die Tasche und zog eine Schachtel Konfekt hervor. Glücklicherweise war kein Salzwasser eingedrungen und verteilte die Süßigkeiten als Preise. Sie reichten gerade und jeder bekam ein Stück. »Sie muss aber auch einen Preis bekommen!«, sagte die Maus. »Selbstverständlich!«, entgegnete der Dodo ernst. »Was hast du noch in der Tasche?«, fragte er Alice. »Nur einen Fingerhut!«, sagte Alice traurig. »Reiche ihn mir herüber!«, verlangte der Dodo. Darauf versammelten sich wieder alle um Alice, während der Dodo ihr feierlich den Fingerhut mit den Worten überreichte, »Würdest du uns bitte gütigst mit der Annahme dieses eleganten Fingerhutes beehren?« Nach dieser kurzen Rede folgte allgemeines Beifallklatschen. Alice fand dies höchst albern, aber da die ganze Gesellschaft so ernst aussah, traute sie sich nicht zu lachen. Ihr fiel nichts Passendes ein, was sie hätte antworten können, und deshalb verbeugte sie sich nur und versuchte, so feierlich wie möglich auszusehen, als sie den Fingerhut in Empfang nahm. Nun wurde das Konfekt verzerrt, was allerdings zu viel Lärm und Verwirrung führte, weil sich die großen Vögel darüber beklagten, dass sie nichts schmeckten und die Kleinen sich dagegen verschluckten und auf den Rücken geklopft werden mussten. Aber auch dies war schließlich vorüber und alle setzten sich wieder im Kreis hin und baten die Maus, noch etwas zu erzählen. »Du hast mir deine Geschichte versprochen«, sagte Alice. »Und woher es kommt, dass du K-Punkt und H-Punkt nicht leiden kannst?«, fügte sie flüsternd hinzu, um der Maus nicht wieder zu nahe zu treten. »Ach«, seufzte die Maus zu Alice gewandt, »das ist ein langer Rattenschwanz von so viel Traurigem.« »Natürlich hast du einen langen Schwanz«, rief Alice und sah bewundernd auf den Mauseschwanz. »Aber du bist doch eine Maus, und warum sagst du, dass er traurig ist?« Sie dachte noch darüber nach, während die Maus zu erzählen begann, und so stellte sie sich die Erzählung folgendermaßen vor. Bello sprach zu der Maus, die er traf in dem Haus. »Geh mit mir vor Gericht, ich will dich verklagen. Komm und wehre dich nicht, denn es ist meine Pflicht. Ich habe nichts anderes vor, schon seit Tagen.« Daraufhin sprach die Maus zum Köter. »Solch ein Prozess, alter Schwerenöter, ganz ohne Richter, ohne Zeugen, tut nicht Not.« »Ich bin Zeuge, bin Richter in einer Person«, sprach Bello schlau. »Dies ist nun dein Lohn, denn hiermit verurteile ich dich zum Tod.« »Du passt nicht auf«, sagte die Maus streng zu Alice. »Woran denkst du?« »Ich bitte um Verzeihung«, sagte Alice sehr bescheiden. »Du warst bis zur fünften Windung gekommen, glaube ich.« »Mit Nichten«, rief die Maus entrüstet. »Nichten«, rief Alice, die gern neue Bekanntschaften machte und sah sich neugierig nach allen Seiten hin um. »Oh, wo sind sie, deine Nichten? Ich gehe und hole sie.« »Das wirst du schön bleiben lassen«, sagte die Maus, stand auf und ging fort. »Deinen Unsinn kann ich nicht länger mit anhören.« »Ich habe es nicht böse gemeint«, entschuldigte sich die arme Alice. »Du nimmst es dir aber auch gleich so zu Herzen.« Statt einer Antwort knurrte die Maus nur vor sich hin. »Bitte, komm wieder und erzähl deine Geschichte zu Ende«, rief Alice ihr nach, und die anderen wiederholten im Chor. »Oh ja, bitte«, aber die Maus schüttelte unwillig mit dem Kopfe und ging noch schneller weiter. »Wie schade, dass sie nicht bleiben wollte«, seufzte der Papagei, sobald sie nicht mehr zu sehen war, und ein alter Krebs nahm die Gelegenheit wahr, seinem Sohn zu sagen, »Tja, mein Kind, lass dir dies eine Lehre sein, niemals die Fassung zu verlieren.« »Halt den Mund, Papa«, sagte der junge Krebs etwas schnippig, »bei dir würde sogar eine Auster der Geduldsfaden reißen.« »Ich wünschte wirklich, ich hätte unsere Diener hier«, sagte Alice laut, ohne jemand besonders anzusprechen. »Sie würde sie bald zurückholen.« »Und wer ist Diener, wenn ich fragen darf?«, sagte der Papagei. Alice antwortete eifrig, denn sie sprach gar zu gern von ihrem Liebling. »Diener ist unsere Katze, und sie ist so geschickt im Mäusefang, ihr könnt's euch gar nicht denken. Wenn ihr sie nur Vögel jagen sehen könntet, sie frisst einen kleinen Vogel, sobald sie ihn sieht.« Diese Mitteilung verursachte große Aufregung unter der Gesellschaft. Einige der Vögel flogen augenblicklich davon. Eine alte Elster fing an, sich sorgfältig zurechtzumachen und bemerkte, »Ich muss wirklich nach Hause gehen, die Nachtluft bekommt meiner Kehle gar nicht.« Und ein Kanarienvogel rief mit bebender Stimme seine Kleinen, »Kommt sofort, Kinder! Es ist höchste Zeit, für euch zu Bett zu gehen!« Unter verschiedenen Vorwänden waren bald alle verschwunden, und Alice blieb ganz allein zurück. »Hätte ich nur Diener nicht erwähnt,« sagte sie betrübt, »Niemand scheint sie gern zu haben hier unten, und dabei ist sie doch die beste Katze der Welt. Oh, meine liebe Diener, ob ich dich wohl je wiedersehen werde?« Die arme Alice fing von neuem zu weinen an, denn sie fühlte sich sehr einsam und war ganz niedergeschlagen. Nach einem Weilchen jedoch hörte sie wieder ein Trippeln von Schritten, das näher kam, und gespannt schaute sie hoch, hoffte sie doch, dass die Maus es sich anders überlegt hatte und nun zurückkam, um ihre Geschichte zu Ende zu erzählen.